Ich bin die Monika und komme aus Palmensee, das ist das Randgebiet von Berlin und ich wollte es aneinander, herzliche Grüße von meinem Lebenspartner bestellen. Ihr brennt es schon so auf der Zunge, er war laut Ärzte COWD nicht heilbar und befindet sich in Vestergenesen. Danke für deine Hilfe. Vielen Dank.